Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Odin Sphere mit mir, dem Levitant 2. Odin Sphere Leftrassier, wenn man es eigentlich genau nimmt. Wir sind hier in der Unterwelt und machen hier eigentlich auch gleich weiter. Ich könnte jetzt hier noch rasten und essen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal noch nicht getan, aber... Im Moment ist es gerade noch nicht nötig und ich denke auch nicht, dass wir so viel haben, dass wir da mitnehmen können. Und dementsprechend, vielleicht können wir irgendwann mal noch die Lehm gebrauchen, die wir davon bekommen. Die Gegner hier sind irgendwie schneller unterwegs als die letzten. Hm, cool. Sind das... haben die... ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich waren die anderen einfach zu langsam für das neue Gameplay von Odin Sphere. Deshalb haben sie sie einfach schneller gemacht. Und würde ja meinen, es würde Sinn ergeben, oder? Können... Tackeln weg. Ach, nicht alle, hä? Jetzt waren sie alle. So, haben wir noch ein Geld, haben wir noch einen Haufen rumliegen. Und, ja. Sei vor so ein Prisma. Genau. Und der gibt mir... Nicht jetzt. Okay. Und hier. Der braucht wie viel? Stufe auf Maximum. Äh, wir haben hier die Frostlanze-Kreis nach oben. Nehmen wir hier den Kurzbefehl. Nehmen die Frostlanze raus. Das ist auch etwas, das wir lange aufladen müssen. Und dann können wir da mal bei einem Knut durchsammeln, nehmen wir auch. Äh, können wir da mal schauen. Jetzt gehe ich zuerst nach oben, würde ich behaupten. Ja, genau. Schlag mich noch mal. Ich kann ja eh auch zurückschlagen. Und mein Leben kriege ich auch wieder. Ach so. Kann mir auch Schlimmeres passieren. Will der nicht? Okay. Wenn er nicht will, dann möchte ich auch nicht. Ist das ein Prony, der einfach irgendwie im Graben liegt? Anscheinend. Hm, Yggdrasir ist jetzt. Haufen Fusszonen. Können wir gebrauchen. Ganz ehrlich. Können wir gebrauchen. Ja, ja. Noch mehr von euch. Oder einfach dir, der übrig geblieben ist. Egal. Ne. Brauche ich nicht. Stufe für Miniboss? Miniboss. Oh. Wo ist das Phantom? Mit vielen Tentakel und ich würde Maden sagen, aber wer weiß das schon so genau. Äh, okay. Was immer du mit diesem Finger machen möchtest, aber versuche erneut. Und jetzt. Okay. Von mir aus Spiel. Wenn du meinst. Ja, das war eindeutig gut. Was für ein Angriffssondergleichen. Äh, ne. Er kostet ja auch 50. Kann man dich. Äh, nicht wenn du super. So. Bitte ein bisschen einfrieren. Erinnert mich irgendwie an diesen, an diesen schwarzen Schatten. an diesen schwarzen Schatten im Berggebiet. So in der Hinsicht von, ich kann mit ihm machen, was ich will. Er macht praktisch nichts zurück. Er ist so ein Boxsack. Ich mache mehr Krilds, kommt's mir vor. Wahrscheinlich auch etwas, das sich mit dem Level-Up erhöht. Haben wir noch irgendein... Hm, mach du das, äh... Hier, da hast du mir gegeben. Wow. Na, die sehen mal anders aus. Seht ihr das? Das nennt sich Heilung. Okay, hat er mich gerade geflasht. Ich bin für einen Haufen Schaden gemacht. Was er auch immer ja getan hat. Kennt Licht zeigen. Crit! Und überall, Fursonen. Überall. Immer noch Heißrang. Aha. Und wir kriegen einen Sonnenschlüssel. Und dann noch ein Knöterich-Samen, wenn ich's richtig gesehen habe. Jetzt nochmal einen Samen. Aber an den komme ich gerade nicht hin. Wird ich wahrscheinlich eher auch nicht brauchen. So, und dann können wir... Für die Krotte, die brauchen wir im Moment nicht. Ich beruhig spreche es einem überhaupt lieber, als ich hier muss. Haben wir alle Seelen? Zieht immer raus. Auch ein paar Münzen aus den toten Schädeln rausholen. Wenn's sonst schon nicht gibt. Nichts gibt. 7.000 Schaden hab ich mit dem Ding gemacht. Das ist... ...richtig, richtig ordentlich. Ah, dort unten war ich noch nicht. Ich auch noch hin, hä? Schnell noch unten die Kiste holen, damit wir auch wirklich einfach alles geholt haben. Genau. Quickladung. Nehmen sie jetzt mal mit. Keine Ahnung. Ja, gehen wir jetzt so schnell. Wenn wir gleiten, sind wir so oder so schnell. Relativ schnell unterwegs, dementsprechend. Dann, was hab ich... Eigentlich könnte ich auch mal noch schnell die Fähigkeiten nachschauen. Das brauch ich zu viel. Obwohl, so viel brauch ich da gar nicht mehr. Oder ich könnte das noch zweimal. Ja, zweimal verbessern. Ähm... Soll ich, soll ich nicht. Entweder allgemein den Angriff. Oder... ...der ist hier. Drungier brauche ich nicht, zu verbessern. Guck, das sind die anderen zwei, hä? Wie heißt der? Nadelsturm. Eisbrecher. Ja, ich glaube, ich nehme gleich den Angriffs... ...den generellen Angriffsboost, wenn wir ihn dann... ...ääh... ...auswählen können. Irgendwie viele tote Drachen, die hier unten rumliegen. Ich gehe zumindest davon aus, dass es Drachen sind. So, und hier dann... ...Sonnenschlüssel. Ein da. Wir sind ja noch nicht tief genug in der Unterwelt. Schöner Schein. Genau für diese dunklen Orte gemacht, obwohl ich sie... ...obwohl ich sie eigentlich gar nicht brauche im Moment. Ich finde keine Gegner da. Hier kommen dann wieder die Gegner. Kampfzone. How about no. Crit. Ich zehre es den, der über mich drüber springt. Und wir haben wieder es. Was sonst? Um noch irgendwas zu essen? Äh, Jongleur. Okay. Äh, verwandelt Gegenstände auf dem Boden in etwas anderes. Okay. Dafür kann man einen Knochen gebrauchen. Hier hinten ist dann der Boss. Wir könnten also direkt von hier aus Richtung Boss gehen. Ich glaube, ich gehe aber lieber schnell schauen. Das brauchen wir hier. Und noch einen Sonnenschlüssel. Oh nein, hier ist der Mond, den wir brauchen. Da können wir zuerst nach unten gehen. Gut, dann gehen wir nach unten. Miniboss. Oh. Der Geist. Du kommst nicht durch meinen Block hindurch. Aber ich durch deinen. Friss Eis. Okay. Friss nochmal Eis. Ja, dann friss jetzt Eis. Irgendwie scheint er nicht sehr gut, äh... mit dem Gedanken klar zu kommen, dass ich ihn einfrieren möchte. Alter, hank. Ich hole mir meine Leben wieder. Um zu machen, was du möchtest. Für irgendwas habe ich einen Vampirring. In meinem Inventar. Oder ausgerüstet, besser gesagt. Ja. Ich weiß nicht, was das für Dinge sind, die er dort vor sich hält, um sich zu schützen. Oh, ich glaube, ich möchte hier nicht in der Nähe sein. Genau, den Angriff kenne ich noch. Was ist... Was ist das Ding? Und hört es irgendwie noch wieder auf zu existieren? Ah, man kann es... Man kann es angreifen. Was ist das Ding? Ich bin... Einer hat er nicht erwischt. Was für ein schlechter Seelen-Schnitter. Toll. Oh, der hat mich noch erwischt. Oh, der hat mich noch erwischt. Hier, da fliegst du ja so gerne weg, oder? Und noch mehr Seelen. Aha! Mein Block! Wendorin ist... Ist ein extrem guter Konter-Charakter. Ab und zu von... Trifft einfach ein paar nicht, kommt es mir vor. Nein, kein Kristall in die Luft halten. Weiß nicht mehr, was du damit überhaupt möchtest. Irgendwie sieht man oben auf der Karte ein ganz kleines Abbild. So einen kleinen weißen Strich, wenn er sich davon bewegt. Und ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder nicht. Aber es hilft eindeutig, ihn zu finden, wenn er irgendwo anders hin möchte. Schlüssel! Münzen, Rosmarella und... Oh, oh, schau. Ganz zuerst hier in die Tür hinein. Naja, ich brauch ja nur... Irgendwas haben wir in den kleinen Schlüssel. Oh, Geiststall. Die Tasche ist voll toll. Geiststall erhüllt, glaube ich, die erhaltenen Personen. Das möchte ich erstmal. Glitz gemischt. Haltrank, Haltrank. Naja, benutzen. Generiert Leben über einen gewissen Zeitraum hinweg. Bin ich jetzt vergiftet, oder? Oder ist das einfach die Anzeige vom Haltrank? Wenn es kein Kampfgebiet ist, kriege ich kein Screen für, dass ich alles gut gemacht habe. Aber egal. So, Flinkheitsgürtel und Geiststein. Maximale P-Ping. Kon-Stall... P-B. Ich meine, ich bin selten auf Maximum, also denke ich nicht, dass ich ihn brauchen werde. So, jetzt aber zu den Fähigkeiten noch schnell. Cyphers-Meisterschaft. Ja. I-Beam, diese... ...Angreps-Punkte. Ja, das nächste Mal nur noch Angreps-Plus-9. Dann gehen wir hier noch runter. Angreps von hinten. Niederstandskraft, oder was haben wir? Schild Stoß. Kostet 3, kostet 4. Kostet 4, kostet 2. Weisheit. 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 Weisheit benutze ich ja praktisch nie. Angriffen von hinten. Ich nehme das hier in der Hoffnung, dass wir noch irgendwie 2 Level kriegen vorm Schluss. Sonst sehe ich den Schild Stoß nicht wirklich als großartig nützlich an. Aber wer weiß. Die Alchemie ist es sicher nicht und Angriffe von hinten sind, wenn schon eher Zufall als gezielte Meuchelangriffe. Außerdem sind wir die stolze Tochter von Odin. Wir lassen uns nicht auf das Niveau hinunter, einfach nur billige Meucheltaktiken zu verwenden. Naja. Kampfzone. Und zwar ein bisschen eine härtere, wie es aussieht. Naja. Ah, kriegen wir es endlich mit Geistern zu tun. Mit wichtigen Geistern. Ja, bitteschön. Ja, weg. Ich könnte ja Grumgier rufen und alles auf einmal vernichten, aber man ist ja ein anständiger Typ. Und möchte hier auch einen anständigen Kampf mit den Gegnern. Kein Platz für Nettel. Kein Platz für Maubeeren. Was war das für ein Angriff? Ja, jetzt tauchen wir auf einmal wieder mehr auf, hm? Ghast. Ich kann viele von euch erleben, wie ich es sagen muss. Und wir kriegen den Mondschlüssel. Und wir kriegen den Mondschlüssel. Ah, hier heißt sogar noch so. So, Knöterich, Buschus, einen Apfel kann ich heißen, nicht mehr tragen, ist egal. So, wir gehen jetzt nur hinaus. Schnell noch hier. Was auch immer was. Schmetterling holen. Schmetterling bin ich immer zu haben. Und Tribute an die Königin der Toten. Wir, die Toten, sind verflucht durch die grenzenlose Macht der Königin. Unsere verwesten Körper sind verdammt von dunklen Geistern zerfleischt zu werden. Wir können keinen Widerstand leisten. Alles, was wir tun können, ist, die Gefilde auf der Suche nach den blauen Kristallen zu durchstreifen. Die Seelen in Kristallform, um die Königin zu besänftigen, um ihren Zorn zu wendigen. Aber der größte Wunsch der Königin ist etwas, das außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Ein lebendiges Wesen mit gesundem Körper und Seele. Manchen verkaufen ihre Seele an sie als Opfer, in der Hoffnung auf Macht. Aber auch sie verrotten in ihren Händen. Ihr Durst nach Seelen ist unstillbar. Sie möchte also ein Haustier, das nicht stirbt, wenn sie es besitzt. Das ist schwierig, wenn man Königin der Toten ist. Haben wir jetzt hier gerade noch eine... Ja, wir hätten hier... Wir könnten ihn hier rufen. Machen wir halt gleich noch. Hier, hier. So, dann einfach mal schauen, was wir gerade... Ja, ja, ich weiß. So, können wir irgendwas machen? Können wir nicht, okay. Wir bräuchten dafür... Reicht ihr... Können... Knöterich. Okay. Oder Eier. Eier, Milch. Knöterich mit Hummer. Wird aber abfüllen. Also wäre ein Knöterich, wäre schon gut genug, hä? So, dann wäre die Frage, was... Hier so verkauft wird. Krabben und Kakaobohnen. Das sind die einzigen, die mir was bringen. Krabben und Kakaobohnen. Verkaufen. Das brauche ich nicht mehr. Schimmerschein lassen wir, Regeneration lassen wir ab. Ja, aber Schimmerschein... Nicht ein paar weggeben. Die lassen wir, ja. Da hast du den hier. Ektrasilis sind's... Das könnten wir noch schnell zu uns nehmen, bevor wir essen gehen. Beim... Aber ich... Eine Handtranke, ein paar drin, das waren ja alles. Okay. Schimmerschein. Es geht mir nur ein bisschen um Inventarplatz. Gut. Weil dann können wir dann beim nächsten Mal auch noch Sachen pflanzen und... Vielleicht noch ein bisschen Sachen... Scheiße auf Materie. Ich mache eh keine Alchemie. So, das ist... Das nennt man Platz. Gut. Und dann... Gehen wir hier so schnell... Machen wir den Knöterich schnell? Ich würde sagen, wir machen den Knöterich schnell. Wir brauchen Rosmarilla. Und wir brauchen einen Knöterich. Knöterich. Und dann... Ja, ich möchte sie nicht absorbieren. Ich möchte sie dann geben. So. Reicht das für ihn? Scheiße. Ich könnte noch mehr... Die Frage ist, wie viele Äpfel habe ich? Drei. Okay. Das könnte funktionieren. Äh... Dann nochmal... San. Den Fall ab. So. Gib ihm noch ein paar. Ah. Weiter abschlagen. Ich gebe mir. Und noch einen Knöterich. So. Dann kommen wir dann fast auf null. So. Dann kann man den Rest wieder einnehmen. Weiter abschlagen. So. Dann gehen wir doch noch jetzt schnell essen. Äh... Reden. Aber nur noch schnell. Aber nur noch schnell. Damit du das... Weil alles andere lassen wir, glaube ich, einfach. Ein Apfelkuchen reicht. Sehr gut. So. Und überspringen. Wir wollen nur für die Level-Ups. Wir können da noch ganz viele von machen. Wie du wünschst. Das sollte noch für Level 49 reichen. Genau. Mehr... Brauchen wir eigentlich auch gar nicht. So. Dann noch schnell. Weil wir halt so sind. Talentaufstieg. Spiegelschild. Reflektiert. Gegnerische Geschosse. Tada. Weiß nicht, wie viele Geschosse wir noch abkriegen werden. Aber wir können sie blocken. Und den erhalten wir wahrscheinlich nicht mehr. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Das nächste Mal gehen wir dann schnell nach hier dem Fussonenprisma holen. Kämpfen uns in das restliche Gebiet. Und fordern dann den Boss heraus. Ich denke, das lässt sich alles in einem Part machen. Und ja. Das wäre dann schon das Finale von Gwendolins Story. Okay. Eigentlich. Das wollte ich gar nicht tun. Egal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne. Hoffentlich. Bis dann.